Ihr habt euch die Angebote im Steam Summer Sale angesehen und beim ein oder anderen Titel große Augen bekommen? Bevor ihr zuschlagt, solltet ihr einen Preisvergleich machen. Denn obwohl zahlreiche Spiele auf Steam drastisch reduziert sind, können sie immer noch um einiges teurer sein als in anderen Onlineshops. Wir wollen euch heute zeigen, wo es noch günstiger geht. Dazu haben wir die Preise von Amazon und Saturn mit den Angeboten des Summer Sales verglichen. Dort haben wir festgestellt, dass besonders die namhaften Titel oft zu noch niedrigeren Preisen angeboten werden. Als erstes vermeintliches Schnäppchen haben wir direkt einen Dauerbrenner aus den Steam Charts. GTA 5 ist nach wie vor sehr beliebt und bietet auch zwei Jahre nach Release noch regelmäßig Updates. Im Rahmen des Summer Sales kostet das Gangster-Epos nun 29,99 Euro. Während ihr bei Saturn für 25,99 Euro fündig werdet, zahlt ihr bei Amazon nochmals 2 Euro weniger. Zudem erhaltet ihr dort die DVD-Version des Spiels. Anno 2205 ist ein Klassiker seines Genres und beweist, dass Strategiespiele in jedem Handlungszeitalter Spaß machen. Vorsicht ist aber auch hier geboten. Während Anno 2205 bei Steam für nur 19,99 Euro erhältlich ist, könnt ihr es bei Amazon für 15,41 Euro kaufen. Im Onlinehandel von Saturn ist es jedoch für nur 14,99 Euro erhältlich. Auch Watch Dogs 2 ist aktuell zum reduzierten Preis auf Steam erhältlich. Hier schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Hackers und versuchen in San Francisco den größten Hack aller Zeiten durchzuführen. Das Open-World-Spiel aus dem Hause Ubisoft erhalten wir auf Warfs Spieleplattform für 29,99 Euro. Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich dennoch. So findet man das Spiel auf Amazon bereits für 19,97 Euro. Far Cry Primal entführt euch in eine endlos erscheinende Welt, in der ihr es mit jeder Menge Steinzeitmonstern zu tun bekommt. Außerdem könnt ihr euch von einer atemberaubenden Grafik beeindrucken lassen. Bei Steam ist es gerade für 24,99 Euro erhältlich, während ihr bei Saturn 19,99 Euro und bei Amazon nur 15,99 Euro bezahlt. Und auch das Summercell-Angebot zu Steep lässt sich noch unterbieten. Während euch das Open-World-Spiel bei Steam 29,99 Euro kostet, seid ihr bei Saturn mit 25,99 Euro dabei und bei Amazon sogar mit nur 23,22 Euro. Im Spiel reist ihr in die Alpen und flitzt auf Skiern und Snowboards hangabwärts. Wingsuits und Paraglider lassen euch die gigantischen Landschaften aus jeder Perspektive betrachten. Dieses Spiel beinhaltet einen Mehrspielermodus und ist ideal geeignet für einige spaßige Abende mit Freunden. Mit Styx Shards of Darkness bekommt ihr ein Schleichabenteuer mit zahlreichen Levels, in denen ihr jede Menge Feinde bezwingen müsst. Ihr könnt euch alleine auf die gefährliche Mission begeben oder gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus auf Monsterjagd gehen. Auf Amazon zahlt ihr für das Fantasy-Spiel nur 19,99 Euro. Im Vergleich zu Steam, wo es aktuell für 23,99 Euro angeboten wird, spart ihr also 4 Euro. Beim Steam Summer Sale gilt also, eine zuvoreilige Kaufentscheidung könnte euch die Freude an eurer Ausbeute vermiesen. Denn viele Titel gibt es außerhalb von Steam, auch ganz ohne Rabatte, zu wesentlich günstigeren Preisen.